Hast du eine Peergroup oder eine Peergroup? Wenn du dir diese Frage auch manchmal stellst, dann ist der heutige Blogbeitrag genau richtig für dich. Es geht nämlich genau um die Frage, ob du dich mit den richtigen Menschen umgibst und woran du vor allem erkennst, ob deine Peergroup auch eine Peergroup ist oder einfach doch nur eine Peergroup. Sei gespannt, sei neugierig, lies den Blogbeitrag. Ich freue mich von dir zu lesen, freue mich auf deine Kommentare und viel Spaß beim Herausfinden und Umsetzen.